Moin Moin zusammen. Heute stelle ich euch ein Sandwich Maker von der Firma Chlor vor. Wir sind drauf gekommen bei unseren Schwiegereltern. Jeder kennt ja diese klassischen Sandwich. Die sehen dann so aus. Irgendwie fokussiert er gerade schlecht. Moment, so ist besser. Da sind ja die ganz normalen und da sind die von der Firma Chlor. Und die kann ich auch bestätigen. Die sind richtig lecker. Sie sehen gut aus. Ich gehe da jetzt weiter nicht drauf ein. Wir gehen einfach mal in Praxis weiter. So sieht das jetzt aus. Das ist jetzt ein Unterschied. Hier vorne habe ich die zwei kleinen reingemacht und da sind die etwas größeren Sandwicher. Das Gute ist, auch wenn das Käse rausläuft, bleibt da nichts haften. Das ist jetzt nicht vorurteilhaft, mit dem Messer rauszuholen, aber ich habe es jetzt mal gemacht.